Mats Hummels hat sich erstmals auf dem roten Teppich mit Nikola Kavanis gezeigt. Was wohl seine Ex-Frau, Kathy Hummels, dazu sagt? Nach Monaten voller Gerüchte hat sich Mats Hummels, 35, im Rahmen des Ballon d'Or erstmals öffentlich auf dem roten Teppich Seite an Seite mit Nikola Kavanis, 25, gezeigt. Händchenhaltend liefen Model und Influencerin Kavanis und Fußballstar Hummels vorbei an Fans, um für die Kameras daraufhin auf dem Red Carpet Arm in Arm zu posieren. Seine Ex-Frau, Kathy Hummels, 36, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, wurde jetzt von RTL auf das Debüt angesprochen. Kathy Hummels Mats ist in einer neuen Beziehung. Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück, habe Kathy Hummels dem Sender gesagt. Mats ist in einer neuen Beziehung. Ich konzentriere mich auf meinen Sohn und meine anstehenden Projekte, wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München, erläutert die 36-Jährige. Beides ist doch auf seine Art und Weise schön. Spekulationen über eine Beziehung des ehemaligen Stars von Borussia Dortmund, der aktuell bei der ASROM spielt, und des rund zehn Jahre jüngeren Models, kursierten seit geraumer Zeit. Bisher hatten Hummels und Kavanis sich jedoch nicht öffentlich dazu geäußert. Der Sportler war zuvor von 2015 bis 2022 mit der Moderatorin und Influencerin Kathy Hummels verheiratet. Bei der Preisverleihung konnte sich Mats Hummels in diesem Jahr keinen der vorderen Plätze sichern. Er teilte sich mit Atem Dobik, 27, Rang 29. Im Gegensatz zum Red Carpet-Debüt war das auf dem Spielfeld nicht gelungen. Unglücklicherweise köpfte er den Ball gegen die AC Florenz am Wochenende ins eigene Tor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017